Das ist Januar 97, das ist die Anlieferung an eines der größten Warenhäuser in Changchung. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das ist der Stadtpark in der Nähe vom Hauptbahnhof im Winter. Das ist ja ganz lustig. Das ist der Eingang zum Stadtpark, das ist an der Ecke der Stalinstraße zur Beijingstraße. Einmal kurz ein Schwenk über den Platz, hier ist hier dieses Haus. Die ganze Filmerei ist hier ein bisschen eingeschränkt durch die Temperaturen von minus 10 bis 15 Grad. Das war die ... 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 Auf ist Das ist der Bahnhofsvorplatz. Ich mach mal jetzt diesen Rundumschwenk. Das ist der Bahnhofsvorplatz. 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 Durch 5 sind ungefähr 100 Mark. Das ist der Bahnhofsvorplatz. Das ist der Bahnhofsvorplatz. Das ist der Bahnhofsvorplatz. Das ist der Bahnhof. Das ist der Bahnhofsvorplatz. 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 Das ist hier für den Blechmarkt. Es ist Samstag, 15 Uhr, das war der Tag in Changchung. Vor dem Flugplatz, Flugplatz, neue Provinzverwaltung, Wagenwaschstation, Wagenwaschstation, das ist der Wagenwäscher, 20 Yuan. Heute Neujahrstag. Wer hierher muss, arbeiten muss, der muss was Gartiges verbrochen haben. Aber ich sage mal, das ist nicht mein Privateigentum, obwohl es persönlicher Dienstwagen ist. Ich bin daran interessiert, dass der Laden läuft. Und da habe ich überhaupt gar kein Problem, einem Chinesen meinen Wagen zu geben. Ich lasse den auch in meiner Urlaubszeit da, dass sie ihn nutzen können. Aber ich erwarte umgekehrt auch, dass man mir mal gefällig ist für Kleinigkeiten. Und ich glaube, soweit habe ich sie schon, dass sie... Hier ist ein guter Parkplatz, ja? Hier ist mein Parkplatz. Der wird zwar sicherlich meckern, oder ich. Jetzt ist mein Parkplatz. Die sind für ein bisschen trainiert. Meckern. Ich habe ein bisschen Zeit. Ich bin ein Bürger, ich bin ein Senator. Hier ist alles. Nachdem ich es zu machen ist, ist das so. Ich bin ein Bürger... Sie haben das Ganze zu machen. Die sind Alanis, das Ganze zu machen. Jetzt das Ganze zu machen. Ich bin ein Bürger, ich bin ein Bürger. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020